Kennen Sie das? Sie werden vor ein verflixt kompliziertes, ja unverschämt kompliziertes Problem gestellt und wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Ja, die Schüler unter Ihnen, die wissen, was ich meine. Und ja, ich musste ein Lied dichten für einen Musikwettbewerb. Wieder wissen einige Schüler, wovon ich rede. Und das Lied heißt Der erste Versuch. Und da müssen wir jetzt zum zweiten Mal durch. Ich hörte, um an diesem Musikwettbewerb teilzunehmen, braucht man ein Lied. Ein Lied mit einer coolen Band und nem superkrassen Beat. Leider fand ich nur nem mittleren Pianist mit verstimmten Instrument. Noch gab es keinen anderen für meine supercoole Band. Das ist mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das ist mein erster Versuch, egal was ich tu. Das ist mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das ist mein erster Versuch, Versuch, Versuch. Ich hörte, um an diesem Musikwettbewerb teilzunehmen, braucht man ein Lied. Ein Lied mit einem coolen Text und nem superkrassen Lead-Sheet. Leider war ich nie so gut im Reimen und Musiktheorie. So wird das mit dem ersten Song leider nie. Das ist mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das ist mein erster Versuch, egal was ich tu. Das ist mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das ist mein erster Versuch, Versuch, Versuch. So ist es nun klar, ein Lied muss ja mit tiefem Inhalt, doch mein Blatt ist leer. Mir fällt nichts ein, es ist wie verhext. So helft mir doch, es fehlt der Text. Das war mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das war mein erster Versuch, egal was ich tu. Das war mein erster Versuch und kein Oberkuh. Das war mein erster Versuch. Ich hörte, um an diesem Musikwettbewerb teilzunehmen, braucht man ein Lied. Danke sehr.